Junge, warum schießen die Idiots jetzt einfach her? Die geben mir so Backfire die ganze Zeit. Och Mann. Ja, dann lass mich rankommen, Leute, auf dieser Ohrschnell. Ich bin Chosemurinio. Ich bin Chosemurinio. Was will er von mir? Ein Engel runter. Jetzt für den zweiten. Ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan real fast. Ich glaube, das ist der Plan. Oh, bruh. Ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan real fast. Ich habe einen Plan. Ich glaube, das ist der Plan. Komm an, Pete. Du hast es. 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 F? Ja. Wie der komplett geschrottete Heli vorbei segelt. Holy. Havara! Soll ich's halten? Soll ich's spamen? Alter! Bitte! Ich brauche einen Plan. Der Plan wirklich schnell! Ich glaube, das ist der Plan! Komm schon, Pete! Du hast es! Du hast es! Du hast es! Du hast es! F2. Hm? F2. Pass auf, jetzt hab ich's aber... Ich bin! Ich bin! Ich bin! Ich bin! Die Maske sind so großartig. Wie, du bist nicht im DC? Bin ich nicht. Ich spiele gerade ein Story Game. Ich spiele gerade ein. M.J. Did they start the ceremony yet? They're still setting up. Where are you? I got hung up at work. Be there soon. Okay. Das ist die Stadion. Und wir sind gleich nach vorne. Es klingt wie viele Leute da draußen. Du wirst alles gut, honey. Die letzte Woche, ich war in Hochschule. Frau Steinberg hat mir ein C-. Wenn nur Frau Steinberg konnte dich jetzt sehen. Hey, du hast das, Dad. Ich meine, komm mal, du hast Spider-Man. Ich bin sicher, das macht dich ein Super-Hero. Super-Hero. Oder, vielleicht bin ich nur ein Typ, der nicht gewöhnt. Not, honey. Willkommen, alle. Und bevor ich es zu Mare Osborn, würde ich nur ein paar Worte sagen. So? Ich denke, diese Gang-Ware wird endlich vorbei sein. Wie... Über, über? Ich meine, es gibt noch einige hohe Enden, um zu knüpfen zu sein, aber... Hohe Enden? Na, ein Truck aus der Szene aus einer Firma, die von Konsolidated Shipping genannt wurde. Etwas ist nicht richtig. Ich weiß nicht, was. Na, ist ja wieder live, der Gute, ja? Ja. Ach, nee, Käff, nee. Bitte nicht. Ich hätte auch gesagt, das wäre besser, aber ich werde versuchen. Wir alle wissen, dass Officer Davis ist ein Hörer. Aber, äh... Insofern, ein Koffer, vielleicht könnten wir mal ein Essen? Ich könnte, ich komme über, ich komme. Oder wir könnten, bei einem normalen Herkennen. Insofern. ... Das Departement, Medal of Honor. Du bist hier in der Mitte, Jim. Das klingt urgent, Sir. Vielen Dank, Sir. Vielen Dank, Sir. Robin, Robin, Robin. Reudiger Hase. Uh, danke, Herr Mayor. Ich spiele diese Hase. Warum ist mein Zimmer so scheiße heiß? Ja? Ja? Wer ist das? Über die nächsten Tage, deine Firma, deine Stadt und alles, was du interessierst werden. Die Leute werden dich für Hilfe. Aber du kannst sie nicht schützen. Ja? 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 Du kannst das mal wiederholen. Du kannst dich ein paar anstellen und erzähl mir was du willst. Du kannst dich schützen. Das war's. Ich glaube bei mir gibt es heute Toast. Das Toastbrot auch weg. Dann gibt es mir immer einen Thunfisch mit Reis. Miles! 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 Are you okay? Miles! Miles! Peter! Come on. Peter! Miles! 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 I'm going to find your father. Peter! Peter! Peter wake up! Come on. Say something please! I'm going to find her to be on the right side of the road. I'm going to find her to find a place where they are. I'm going to find her. 3,4,5 3,4,5 3,4,5 4,5 5,5 5,5 7,5 5,5 7,5 9,5 9,5 10,5 10,5 Dad! Dad! Dad, no! Wake up, Dad. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Fuckin' sad. Sie tot, wieder da. Das war so'n Guy, den hat's irgendwie komplett zerrissen. Keine Ahnung. I'm sorry for your loss. But I just wanted to say, I know what you're going through. That's what you were gonna say, right? Or it all gets easier with time. We be, by the way. We be. Don't worry. It's part of God's plan. I'm sorry. I was just trying to help. I know. I'm sorry about that. I don't know what I'm gonna do with him. I know. This one's mine. All right. I'm executing this son of a... Hey! That's not how we do things. Down! Down! Coda SM1. Whoa, whoa! Before we do this, who the hell are you guys? Coda SM1. Coda SM1. Holding for orders. Coda SM1. I have a visual. Hold for silver burn. Nice entrance. Solid eight out of ten. Oh, oh. I'm hoping I won't go down just by drinking it now. хорош him. He works with us. Yuri, explanation please. This is Silver Sablinova. Head of Sable International. A private security force. Er ist für den Meier Osborn. Oh, der Meier hat eine Pett-Armee jetzt? Die nächsten Mal, wenn du in meinem Weg gehst, ich werde nicht so leichter sein. Geh. Wir sprechen später. Okay, sag mal an Mei für mich. Wait, du denkst nicht, dass sie in Gefahr, hast du? Die Landung perfekt auf der Tash. Peter. So, if you're running this place while Mr. Lee's out of town, who's doing your old job? Me. But I could always use more help. You know anyone? Actually, I do. His name is Miles Morales. Why does that sound familiar? His father was being honored at City Hall. Oh. I talked to him at the funeral. He's a smart kid. He's just having a tough time. I knew a boy like that once. I remember it helped to, uh, stay busy. Might help him too. Here's his mom's number. Thanks. Thanks. I'll give her a call. Hey, you haven't heard from Mr. Lee, have you? No. Why? I'm just curious. I've got a few minutes before work. I'm gonna look around, see if there's anything else I can do to help you out. Oh, you don't have to. I know. I want to. And Susie. I should check out Lee's office.